ach wir sind im torm b also jetzt große frage also ich ziehe erstmal das an soll jetzt runter oder hoch jetzt sind wir im tor b ich dachte wir wären schon im tor b gewesen keine ahnung runter doch hoch was sagt ihr ich will ja eigentlich runter aber ich muss ja erst in hand besiegen keine ahnung aber vielleicht so und noch ein paar stinger raketen ein bisschen stinger munition das wäre ganz ganz hilfreich frisst mich mal nicht mal ordentlich aus hier ach das geht es dauert so lange da komme ich nicht runter aber irgendwie klar na gut dann gehen wir halt hoch hat sich die frage auch ist die frage auch beantwortet ist aber auch nett von ideo dass der dass der die kaputte tür ungefähr die kaputte treppe uns erst zeigt nachdem wir hier den garten fast den ganzen turm runtergeklettert sind was ist jetzt los das ist es ist es ist es ist es ist es ist Otacon wie du hier es nicht so dramatisch als deine entrance believe me ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin du ja ich bin ich bin ich bin ich bin in der back der truck thanks zu die steh camouflage Wie warst du hier? Der Elevator, natürlich. Der erste Flot des Stärkulärs wurde zerstört. Das ist weshalb ich den Elevator habe. Der Elevator war? Ja, das stimmt. Du bist unglaublich. Wie ein Film-Hero oder so. Nein, du bist falsch. In den Filmen, der Hero immer schützt die Mädchen. Du meinst Meryl? Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Snake. Es gibt etwas, was ich wirklich zu fragen. Das ist weshalb ich dich so weit folgte. Hast du... jemanden? Das ist das, was du zu fragen? Nein. Ich meine, ich... Ich habe mich gefragt, ob sogar Soldaten fallen in Liebe. Was hast du zu sagen? Ich möchte dich fragen... Du denkst, dass Liebe auf einem Kampf fliehen kann? Ja, ich glaube. Ich denke, dass jederzeit, jederzeit, jederzeit kann sich in Liebe mit dem anderen. Aber... Wenn du jemanden liebst, musst du sie schützen. Ich denke, das auch. Ich habe eine Frage zu fragen. Oh-oh. Keine Angst. Es wird einfach. Um... Ich habe dir vorhin gesagt, ich will nicht jemanden schüttern. Ich will auch nicht. Okay. Der Elevator ist auf dem Weg gehalten. Ich will, dass du ihn verletzt hast. Ich will, dass du ihn verletzt hast. Du siehst? Das ist lustig. Es war schon vorhin, aber jetzt ist es nicht. Vielleicht ist der Panel kaputt. Ich will, dass du ihn verletzt hast. Kannst du ihn verletzt hast? Es war schon vorhin. Wenn es der Mechanismus ist, lass es mit mir. Ich muss nachdenken, und schüttern einen fliegel. Okay. Ich bleibe hier und behalte den Pferd. Good luck! Du siehst wirklich wie in der Hölle. Du bist okay? Keine Angst. Wenn ich das mache, es geht nicht mehr. Ich schaue nur, dass ich nicht hier bin. Und dann bin ich nicht Angst. Wunderschöne Logik. Ich stehe auf dich. It's jammed. Dann wollen wir mal die laute Fliege zerquetschen. Scheiße. Ähm. Also ich speichere mal ab. So. Äh. Und ich versuche... Okay. Erstmal die Buddy auch mal auszurüsten. Also das... ...Ration noch nicht. Ich jogge jetzt hier einfach durch. Ich habe jetzt keine Lust hier eine... eine der Chefs einzusetzen. Ich habe eh nur noch sieben. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass die später auch nochmal gebraucht werden. Ja. So. Ich habe mich jetzt hier durchgetankt. Ich weiß gar nicht wie man das sonst machen soll. Ähm. Jetzt könnte ich mal eine einschmeißen. Ich sag nicht, dass noch ein... ...dass es hier vier kommen oder so. Es kommen vier. Das soll's ja wohl gewesen sein. Oder kommen noch mal fünf. Okay. Ration ist auch noch mit dabei. Wie haben wir? Wir haben drei von vier. Stinger Messer, die brauche ich ziemlich dringend. Äh. Ach. Okay. Na, Chefs gab's auch. Gab's auch. Ähm. Die haben wir jetzt aber getankt. So. Wir haben vier, fünf, vier Rationen. Ich will jetzt gerade noch keine einsetzen. Mh. Ich möchte jetzt mal hier hoch. Ich hoffe, es fängt nicht direkt an. Man hört hier schon. Ähm. So. Das haben wir abgespeichert. Dann würde ich sagen, schlöss wir uns mal jetzt vergleichen. Lügen. Ah. ich glaube da gibt es noch einiges was wir was wir noch rausfinden müssen so stinger 16 von 20 immerhin jetzt gilt es cool ist noch eine ration das ist sehr gut okay man kann sehen wo der ist oder auch nicht wo ist er denn also okay also das wird wahrscheinlich ein paar also ich glaube nicht dass man erst mal schaffe weil ich nicht mehr tatsächlich haben es genau weiß wie ich habe ihn getroffen ich habe ihn nicht getroffen so da kommt jetzt gleich vorbei so wird das nix okay also ich also ich muss gucken ich musste nur lange genug an fixieren können so läuft das wo ist er denn so läuft das okay das ist natürlich eine ungünstige position hier wo ist er jetzt das ist auch nicht so gut okay da muss ich jetzt reinkommen aber ich glaube so ungefähr von hier aus da sollte irgendwo sein nein komm jawoll treffer treffer so darf nur noch einen eingeschmissen jetzt schießt er gerade und vielleicht kann ich hier noch mal ne reicht das ja es hat gereicht nur eine zu verpassen jetzt 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 na der hier ab weg hier so wenn er jetzt hier um die ecke kommt die ecke kommt das hört sich nicht gut an okay ich verschwinde mal hier okay woher weiß ich denn woher weiß ich denn woher weiß ich denn was der trifft okay okay so ach so genau dann die body armor die worte ist das so ist das so oh oh ha ha so ein kunstschuss um die ecke rum so dann haben wir wo ist er denn da na na schade komm los zielerfassung jawoll wow hier kriegt er noch eine mit komm noch eine naja auch ohne zielerfassung getroffen kann was 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 komm hier wo ist er das hat das noch eine mit schade okay okay ähm ja ich weiß leider nicht wo der einschlägt naja also immer an der gleichen stelle das gut zu wissen dann setze ich noch an ich hoffe dass das die munition noch hier ist okay ah hätte er sein können dass es funktioniert ach so ich habe eigentlich jetzt zweimal getroffen so auch dass das ist nicht ne sind wir prüzen hier hier wo hier 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 wo hier So, komm schon. Mist, hab ich mich nochmal erwischt. Ähm, muss ich hier nochmal. Ah, da unten. Kommt jetzt hier hoch. So. Nice. So, warte mal. Lohnt sich's noch? Da kommen eine Ration immer noch. Sind wir auf der sicheren Seite. So. Ähm. Ich hab keine Munition mehr. Äh, das ist ja eher uncool. Wie komm ich denn jetzt an Munition ran? Ach, da liegt noch welche. Okay. Zack, Mann. Komm, einen noch. Einen noch. Boom. Boom. Der steht noch. Kann doch nicht sein. Okay, ein letztes Aufbäumen. Aber wo? Oh, steckt mich denn. Ähm. Ja! 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 Komm schon! Lied! Ja! 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 Sniike! Ja! 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 Ich bin der Beste. Liquid. Ein wunderschönes Glitchat. Ja, und ein Glitchat ist er auch. Sniike! Der Elevator funktioniert. Hast du es fixiert? Nein! Das ist die weirste Sache. Es hat sich nur auf sich selbst bewegt. Es geht deinem Weg jetzt. Ist das so? Oh, okay. Das Explosion, was war das? Oh, ich musste den Helikopter aus. Helikopter? Das ist unglaublich, Sniike! Sniike, ich möchte noch einmal sicher sein. Das ist die Weg, um zu wo die Metal Gear wird gelegt? Ja. Die Entrennung zur Untergrund der Untergrund ist nach dem Torsten. Okay. Findet ein sicherer Ort, um zu schützen. Ich gehe unter Untergrund. Ich weiß, ich weiß. Du musst mir nicht sagen. Und bleib aus meinem Weg. Ich versuche nicht, dass du ein Hero oder was zu sein. Okay. Anrufe mich, wenn du brauchst. Sicherlich. Das Dinger brauchen wir jetzt nicht mehr. Hm. Ich glaub, die so kommen. Wir wüssten jetzt mal so aus. Das ist hier noch irgendwas zum Einsammeln. Da hinten der kaputte Turm, wo wir eben waren. Ähm. Ja, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich nochmal an den, ähm, Sentryguns vorbeischleichen. Okay. Dazu ziehe ich mir auf jeden Fall nochmal die Arme an. So. Und in der seichten Hoffnung, dass hier wieder die Sachen ein bisschen aufgefüllt sind. Äh. Die Hoffnung ist nicht erfüllt. Naja, teilweise. Aber es liegt... Ne, es ist nicht erfüllt. Ich glaube, das da hinten ist einfach nur... Die soll kommen. Kann das sein? Die bei... Ne, die Farmers. Ah, schade. Okay. Ja, vielleicht... Vielleicht... Vielleicht möchte ich doch eine... Eine Chef dann da unten... Ah. Wo sind die denn? Wo kommen denn die Ersten? Da. Hier? Ja, hier. Ja, komm. Dem Vierer-Paket, dem... Dem gebe ich sowas gerade mit. So. Ich glaube nicht, dass das, äh, für... Auch für den... Für den Dreier hier unten reicht. Du bist doch. Das reicht gerade so... Nicht. So, dann kommt der Zweier. Naja. Ne, ich... Ich tank mich hier wieder den... Den Rest durch. Oder... Ich geh hier drunter... Ne, die... Die sind halt nach unten gerichtet. Da sehen die mich auf jeden Fall so. Und dann noch die... Der Einser. Da tank ich mich auch durch. So. Weil die Chefs, die sind mir eigentlich zu wichtig. Ration. Ne, die brauchen... Mh... Ja, jetzt gerade nicht. Machen wir es später. So, der funktioniert wieder. So, komm, Wollitz. Lag denn hier noch was? Ja, hier lag noch was. Oder? War hier nicht noch ne... Hier ist auf jeden Fall ne Stinger Missiles. Die haben wir übersehen. Ich kann schwören, dass hier noch ne Ration lag. Sehr gut. Sehr gut. So... Also hier war noch ein bisschen C4. Mit ein bisschen Glück ist auch hier die... Ich glaub nicht, dass die... Oder? Ist die Ration hier wieder neu gespawnt? Nee, jetzt nicht. Dann sind die da unten auch nicht. Also die Rationen, die... Die da noch in dem Tower A verteilt waren. Ähm... Warte, haben wir denn C4 voll? Nee, die können wir eigentlich noch mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. Mh... Das heißt, wir haben 3 von 5 Rationen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hoffe, wir kommen dann wieder auf den grünen Zweig. Wie viel Stinger haben wir eigentlich? 8 von 25. Farmers ist voll. Interessant. Ja, holen wir erstmal den Aufzug hier. Ja, vielleicht hätten wir doch mal kurz mit... Mit... Wörter kann ich sprechen sagen. Snake... Es ist etwas, das ich dir vorhin habe vergessen. Was? Es waren 5 Stift-Kamoflage-Prototypen in meinem Lab. Ja, also? Wenn du ausstattest, die ich mitnehmen, das bleibt vier. Hey, das ist nicht 1st-Grade Math-Class. Ich dachte, ich hätte einen für dich. Also, ich bin zurück zum Lab und... Ja? Die vier Stift-Kamoflage-Prototypen. Ja, das ist nicht so schlimm. Also, über den Elevator, die ich ausfügt... Es ist wirklich verrückt. Es war so, dass jemand es intenzialisch hält. Wenn du auf dem Weg gehst, war die Werteilung der Werteilung der Werteilung? Das ist eine andere Sache, die mich beschäftigt hat. Die Werteilung der Werteilung und ich weiß, dass ich nicht über die Werteilung der Werteilung bin. Wie viel hast du? Über 1.35. Aber dieser Elevator hat eine Werteilung der 650 lb. Es kostet zumindest 5 Menschen, um diese Werteilung zu über die Werteilung. Schau mal, Snake! Die Leute, die mein Prototypen verraten, sind da mit dir! Na... Na, wie sieht's jetzt mit einer Staff aus? Chef, mein ich. Ähm... Das ist wahrscheinlich nicht so eine super tolle Idee, eine Granate im Aufzug zu werfen. Aber ich drück mach's trotzdem. Meine Ration muss ich auch einschmeißen. Naja, gut. Aber ich muss sagen, ich hätte eigentlich ganz gerne die, ähm... die, äh... die Stealth-Ausrüstung von denen. Wenn ich ehrlich bin. So, jetzt hab ich aber wieder eine... Ah, ich hab hier so eine Chef verschwendet. Ich möchte jetzt so langsam aber sicher... Ah, cool. Es sind noch drei. Die würde ich dann doch ganz gerne, ähm... Ach so... Mal... Warte mal. Hier ist die Sechser-Tür. Ob das ist eigentlich so dunkel hier? Würde ich doch ganz gerne jetzt mal ein bisschen aussparen. Okay. Okay. Und dann... ... glaube ich nicht so gut sehen, was das für eine Munition ist, ne? Jetzt hier. Schade, ich dachte, ich kann mich da drunter her sneaken. Ähm.